Es gibt häufig Situationen, in denen ich mich ohnmächtig fühle und es gibt nur wenige Tage, die super gut sind. Und das siehst du nicht so? Nee. Herzlich willkommen zu Auf'n Kaffee. Wir haben gerade gemeinsam den Wohnzimmergottesdienst gefeiert, wie aus Ohnmacht Zuversicht wird. Darum ging es und wir haben noch ein bisschen Redebedarf, ne Julia? Ja, es geht auch darum, wie geduldig man ist. Es ging um Geduld. Ich will das mal kurz rekapitulieren. Bitte. Wenn ich mal kurz referieren darf mit den Unterlagen des Predigers. Und zwar hat der Prediger gesprochen, der Daniel gesprochen über Römer 5. Und da ist die Argumentation von Paulus, in der Bedrängnis brauchen wir Geduld. Die Geduld schafft Bewährung und die Bewährung schafft Hoffnung. Und das ist so grob die Argumentation. Und wir beide als ungeduldige Menschen sind natürlich hängen geblieben an der Geduld. Erstmal. Ja, richtig. Du sagst, du bist ungeduldig, ne? Finde ich. Ja. Ich weiß nicht, wie das fragt meine Frau. Ich weiß es nicht. Ich finde schon. Ich finde, manchmal könnte es schneller gehen. Ja, ich mag das auch. Ich glaube auch, dass du eher ein ungeduldiger Mensch bist. Findest du? Danke für deine... Ja, Ehrlichkeit. Ja. Für dein... Steht hier nicht drauf, aber finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ne, es ist schwierig. Vor allen Dingen kann ich manchmal auf der Arbeit auch, wenn wir dann so eine Veranstaltung organisieren. Und dann geht das nicht voran. Also es macht mich wirklich kirre. Was ist denn mit dir? Wir lassen uns doch mal lieber über dich reden. Bist du ein ungeduldiger Typ? Auch nicht. Kommst du jetzt nicht so rüber? Ne, bin ich auch nicht. Also müssen wir nicht schön reden. Ich bin nicht geduldig. Aber ich kann ganz gut so Sachen so aushalten manchmal. Ja. Also es ist nicht immer schön. Ist nicht gut immer für mich. Aber ich kann manche Sachen gut aushalten. Ja, das ist ja eigentlich auch gemein. Ich glaube auch. Glaube ich. Also es geht ja nicht um geduldig hier. Ich kann irgendwie gut eine Nadel einfädeln. Ja, ja. Der bade mich auch aus. Ne. Ja, genau. Und das hat er ja gesagt irgendwie in der Predigt von wegen... Oder Paulus hat das ja geschrieben, dass die Geduld in einer Krise... In einer Riesensituation oder in einer Situation, wo ich empfinde, boah, ich kann nicht mehr. Ich bin ohnmächtig. Ich kann das jetzt nicht so schnell mal eben verändern. Da durchzuhalten, geduldig zu sein. Und dann kommt eine Bewährung im Glauben. Und die schenkt uns dann wieder die Hoffnung. Alles klar, das, was ich hier glaube, das, was ich hoffe, ist richtig. So, ne? So auf ein größeres Ganzes. Und man soll sogar stolz darauf sein. Ja, und deswegen sagt er ja sogar im Moment, wo habe ich den Text... Und deswegen sagt er ja auch, wir rühmen uns der Hoffnung, ja auch, aber wir rühmen uns der Bedrängnisse. Also, das ist ja eine relativ steile These, ne? Also, so nach dem Motto, super, dass ich jetzt wieder in Schwierigkeiten gerate. Jetzt hat der Glaube die Gelegenheit, seine Kraft zu beweisen, ne? Das ist ja schon hart, ne? Ja, genau. Also, er sagt ja, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Also, sein Wort für Krisen irgendwie, ne? Ja. Weil das gibt uns genau die Möglichkeit, dass hier Bewährung durchhalten und Hoffnung kommt halt, ne? So. Ja. Ja, so habe ich jetzt Probleme auch, ehrlich gesagt, selten, selten gesehen. Aber, aber, großes Aber, ich bin ja auch überhaupt keine Freundin davon, so, von so... Okay, Leben ist immer nur Krise, sichtweise. Es ist... Ja, das war ja ein Gedanke von Daniel, so sinngemäß. Also, wir meinen immer, das Leben muss grundsätzlich immer super sein, mit wenigen Schattenseiten. Und er sagt, ne, das Leben ist in Wahrheit häufig halt nicht besonders, sondern häufig, es gibt häufig Situationen, in denen ich mich ohnmächtig fühle. Und es gibt nur wenige Tage, die super gut sind, ne? Ja. Und das siehst du nicht so? Ne. Ne, ne. Also, ich, also, meine Grundhaltung ist immer, mein Leben ist gut und Gott meint es gut mit mir, so. Und Krisenzeiten sind Ausnahmen. Und ich hab mal, ich hab mal versucht, so eine Haltung anzunehmen, damit mich das nicht immer so wirklich dann aus dem Leben kickt halt, wirklich so, immer so ein bisschen drauf zu warten, dass wieder was Schlechtes passiert. Und das, ja, was Schlechtes auch zu erwarten. Und da hab ich so gedacht, so, boah, das hat mich jetzt auch nicht unbedingt glücklicher gemacht. So. Das hat mir nicht geholfen in der Lebenszeit. Ja, so nach dem Motto, ich lauer jetzt mal auf das nächste Umgleich, was mir passiert, ne? Ja, genau. So. Oder, ah ja, jetzt ist endlich wieder was Schönes. Nö, ich, also, ich freu mich auch noch über die schönen Sachen. Aber weiß auch, wohlwissend, dass es auch wirklich schlechte Zeiten in meinem Leben gibt und gegeben hat. Vielleicht haben wir dem Daniel da ein bisschen Unrecht getan. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, weil ich glaube, so wie ich ihn kenne, würde ich sagen, das hat er nicht gemeint, sondern ich glaube, es geht eher darum, sag ich mal, mit welchem Selbstverständnis wir auf das Leben gucken. Also, sag ich jetzt, ja, ich erwarte für mich, ich fordere für mich ein, jeder Tag soll super sein. Und ich glaube, das wollte er sagen. Genau. Und dann ist natürlich, Gott, warum kannst du nur. Ja, also, ich glaube, man kann tatsächlich die Bedrängnisse, wie Paulus sagt, leichter akzeptieren, wenn man sagt, okay, es gehört zum Menschsein dazu. Das, ne, es ist normal halt, also, es ist nicht normal als Dauerzustand, sondern es ist aber nichts Außergewöhnliches eben, wenn man halt in Probleme gerät. Aber es ist hier wirklich Glauben 2.0, sag ich mal, wenn ich sage, ich rühme mich der Bedrängnisse. Ich musste an Luther denken, da gibt es irgendwie so eine Bemerkung von ihm, wenn der Teufel kommt und dich versucht, dann sag zu ihm, komm alter Freund, setz dich hin und heiß ihn willkommen und so. Also, so sinngemäß heißt er. Und das ist ja so die gleiche Haltung, ne, also das Problem kommt und dann, ja, komm, ist halt so, ne, ist halt jetzt, ist halt hier Stresszeit angesagt. Es ist schon, es ist, es ist besonders, also, finde ich auch, das ist schon, das ist schon hart und er schreibt das ja auch, Paulus, an der Gemeinde, auch in der Verfolgungssituation in Rom, das muss man auch sagen. Also, das ist nicht Ringebiz mit anfassen, oder? Oder die existenzielle Lebenskrise eines Mitfezigers in der deutschen Mittelschicht 2022, ne, das ist schon... Das ist was ganz anderes, ja, und ich glaube auch, das, was Daniel gesagt hat, irgendwie, es gibt Regionen in der Welt, also, die machen schlechte Zeiten durch, nämlich, das ist für uns einfach nicht greifbar, so, und auch gar nicht vorstellbar, so, ne, von daher, mir hilft ja auch relativistischer Trost immer, wenn ich dann darüber nachdenke, wirklich, es gibt so viele Menschen, denen, ganz ehrlich, so viel schlechter geht als mir, dann werden meine eigenen Probleme wirklich zu Problemchen, so, ne, ja. Das hilft, aber ein Punkt, ja, genau, wir zeigen schon, ein Punkt muss unbedingt noch erwähnt werden, und zwar, was ist, wenn der Glaube sich nicht bewährt? Ja. Also, das wird ja hier praktisch relativ selbstverständlich so aufgelistet, aus der Bedrängnis folgt Geduld, aus der Geduld kommt die Bewährung, oder durch die Geduld erleben wir die Bewährung, und dann daraus wächst die Hoffnung. So, und jetzt gibt es aber das nicht. Was macht man dann? Was macht man dann? Also, das ist doch wirklich auch eine Erfahrung, die es auch gibt, und ich glaube schon, dass das total menschlich ist, zu sagen, gut, der Glaube nützt mir nichts, dann mache ich es auch nicht. Hm, voll. Also, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die schon mal gedacht hat, so, ach, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder? Also, hast du doch bestimmt auch gehabt schon, oder? Nein, ich habe keine Glaubenskrise. Du hast noch nie, never in his life. Nein, natürlich, ich habe viele schon gehabt, aber ich glaube, also, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Der Spruch ist ja ein bisschen abgegriffen, also, alles wird gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Gebe ich zu, ist so ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber es passt schon hierhin. Also, wenn es sich noch nicht bewährt hat, dann ist noch die Zeit der Geduld. Ja, und genau ergänzend dazu finde ich, mir hilft diese Perspektive, dieses Mal vielleicht nicht, vielleicht in dieser Krise, habe ich jetzt nicht gerade gemerkt, okay, wow, das war jetzt auch eine krasse Glaubenserfahrung, aber beim nächsten Mal vielleicht dann so. Ganz genau, und das, ja, das ist nämlich auch in dem Text vorgesehen, dieser Gedanke, ne? Denn durch, also, durch Jesus haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Natürlich ist Glauben Gnade, wenn man glauben kann, das ist ein Geschenk. Und da hat man auch dann nicht Anspruch drauf, wenn man jetzt, wie soll ich sagen, schon Gott kennengelernt hat. Und wenn man schon gute Dinge damit erlebt hat. Das ist kein Automatismus. Das ist kein Wunschautomat, wie ich einmal zusammenpflege. Ja, das könnte als theologisches Fachwort auch gelten. 2022, theologisches Fachwort, Wunschautomat. Gott ist kein Wunschautomat. Also, es ist so ein Text, finde ich, wo man halt so im Großen und Ganzen sagen kann, nicht nur einfach, aber so ist es halt. Voll, ja. Also, ja. Kann man nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ja. Viele Punkte, ne? Ja, mein Kaffee ist zu Ende, deiner auch so ungefähr. Ja. Vielen Dank. Danke dir auch. Ja, mit der Geduld, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich eigentlich ein geduldiger Typ bin oder nicht. Das wird mir noch einfallen. Ein Teil meiner Antworten würde sich nervös machen. Schön, dass du dabei gewesen bist auf dem Kaffee. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Wohnzimmer Gottesdienst oder bei einer anderen Gelegenheit hier auf dem YouTube-Kanal der Kreativen Kirche. Wenn du magst, lass uns ein Abo da. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.